Doc ist auch dabei Schön, wenn es Wochenende ist. Sooo... Nnnn! Tutorial! R1, ja. Was, R1? Wieso R1? Das stimmt bei... ...zum starten beim Tutorial zum Fahren. Aber fahren ist ja R2, oder nicht? Und jetzt... Ich bin Spongebob! Wuhuuu! Ah, driften ist wie eine Mario Kart, die mit springen... ...ein bisschen springen am Ende. Boating License, here you come! Boating License, here you come! Whoa! SpongeBob! I can tell this ain't your first rodeo! Wow, you're getting all sorts of surprises, aren't you, SpongeBob? Let me help. I have experience with these sorts of things. Squidward, I'm coaching SpongeBob to get his boating license! Don't interrupt! He's gotta concentrate! SpongeBob get his license? Heh, that'll be today. Oh, don't listen to him, SpongeBob! With my help, this time you'll do it! Oh, SpongeBob, it's my turn! My turn to help! And it's not cheap! Keep at it, SpongeBob! And you'll have that license in no time! It's all yours, Patrick! What do you think, Patrick? Patrick, yeah. Do the twist, SpongeBob! Heh, 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 I caught your drift! I know, I'll give you your license this time, SpongeBob! Yeah, exactly, they're both. The two also. The one. The one. But that's really close to Mario, right? Yeah, that's right. The drive is better, yeah. Oh, that's so grinsful! Oh, SpongeBob, I can almost taste that license! Oh. What do they taste like again? Oh, that's just here, it's just so grinsful! Let me help, I know just what to do! I was born for this! Well, I was born to eat ice cream! But SpongeBob asked for help! Hey, SpongeBob! Can we get ice cream after this? Do it again, SpongeBob! Do it again! Oh! 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 Ja, das ist auch die Forks, die steigen auch, das ist dann, auch steigst du mal mit Kleiden und sowas alles. Haben sie sehr gut geklaut. Ja, haben sie richtig geklaut, haben sie die Mechaniker geklaut hier. Da brauchst du die Tennis, was ich nicht allzu viele Gedanken mache. Danke Patrick, ich habe gesehen, wie du Spongebob hast und wenn ich mich empfiehlt, wird auch Frau Puff sein. So, Tour, ihr werdet in den Shop. Ja. Online-Mode. Okay. Private Match. Online-Freeways. I rise, but it won't shine. I rise, but it won't shine. My worst fears come true. Oh, Kart und Bike auch noch, ne? Hm. Oh, gar nicht bekannt vor. Ich habe mir überhaupt nicht bekannt vor. So, kann ich dir niemanden einladen hier, oder was ist das? Ich kann dich vielleicht nicht so hier einladen. Invite Friend. Tschüss, ich werde dich mal einladen. Okay, wie hast du das denn gekonnt? Ja, online einfach. Einladung gesendet. Mhm. Du musst deine eigenen Freunde machen. Mhm. Showin' in die Rune. Ach, auch. Kaffee. Oh. Hehehehe Wie macht das jetzt von der Steuerung her den wirklich am wichtigsten Mario dran? Ja, sehr geklaut, ne? Ja, alles geklaut nur So gut, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, ne? Gar viel, yeah! Lasagne! Ach, die haben die auch noch dabei, das ist schon mal nicht schlecht Hm? Wir fahren auch mit Gegnern, das ist schon mal nicht verkehrt Ja Chicken surprise! Ah, das Vollgeschleim, was bringt das eigentlich, das ist nicht gut vollgeschleimt, aber man muss es nicht, dass es nicht fällt, irgendwie ist. Ich werde beeinträchtig, oder? Wann wir hier? Kann man noch items am Arsch kleben haben, oder was? Ja, weiß ich gar nicht wirklich. Chicken Surprise! Missed. Good times are ahead. Pookie! What? Yes! Wow! Ow! Watch out! So. Yeah! Na ja gut, okay, ne? Aber der Affe haben wir wieder gewonnen, oder? Aber wirklich nicht andersweise so. 2 zu 1,3, ja. 2 zu 1,3, ja. Alter, der Affe haben wir wieder abge... Aft, oder was? Ja, haha. Der Affe haben wir wieder abgeleasert. Na ja, ne? Na ja. Ja. Aber wie soll man denn... Erwartet, dass man niemals irgendwie... Ich habe schon einiges richtig gemacht. Wie Master Splinter sagt, ein Ninja ist immer bereit. Und ich will in, ich will in jetzt. Ich will nochmal eine einzelne Stücke aus. Ja, ich will mal auch anderen... ...Karte... Ich will jetzt andere Strecken jetzt hier auch. Musst Haunted Tour. Hä? Habe ich sogar fehlt. Ja, was wir denn auswählen, das klappt vielleicht auch nicht immer. Ich habe doch einen anderen ausgewählt, oder nicht? Auch alles... Anderes Bike und so, alles ausgewählt. Soll, ne? Hat er nicht übernommen? Okay. Nö. Hä? Ich würde morgens besser machen, wenn sie später starten. Oh. Das stimmt. Ich mag Vormittage, die später beginnen. Turbestart schicke ich in mir auch noch nicht so richtig? Ne, ich auch nicht. Şeyh! Wir haben einen Spaß. Von dem bis dahin. jewelry lithium. Oh, das ist aber nicht ganz gut, oder? Irgendwie am Rand stehst du bei mir. Das ist gar nicht so gut, die sich nicht bewegt. Mach doch das jetzt doch nicht. Moment, aber eigentlich wollte ich gar nicht Gas zu haben. Ja. Das ist ja aber sehr vorsichtig, ne? Ja, aber was ist das jetzt hier? Hallo? Ja, was ist das? Oh, Scheiß. Wie viele Schräge rumgefahren hier? Ich hätte so ein Auto rummachen, so wie die Kanonenkugel, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn es dann entgegen der Wand oder irgendwas. Das ist ja auch Scheiß. Nee, ich weiß gar nicht. So war so ein bisschen sehr wild die Strecke, ja? Ja, der Vogelwild. Aber wieso kann ich denn keinen anderen Charakter auswählen? Was soll denn das? Ich hab doch alles ausgewählt eigentlich. Ähm... Private Customization, oder ne? Ja. 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 Ich hab das jetzt trainiert. Ich bin bereit für alles. Ich bin bereit für alles. Okay, wir gehen. Ich bin bereit für alles. Oh. Oh, das ist... Oh, wahrscheinlich war das... ...zu schnell irgendwie. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sag mal. Schäme, Alter. Das ist echt echt echt. Scheiße, echt. Oh nein, ey. Das muss ich sagen, die Helden unserer Kindheit, oder was? Ja, ungefähr, ja. Das ist echt echt wahr, ey. Ich mochte Gavis' Einstellungen immer. Ja. Unsere Liebe für Lasagne. Ja. Ja. Unsere Strecke... Da werden immer verschiedene Angeln. Es sind nicht alle, es sind immer verschiedene, die zur Auswahl stehen. Aber irgendwie wird immer die genommen, die ich auswähle, oder wie, oder was? Die hab ich aber auch genommen, House Cat. House Cat hab ich genommen. Ach so. Was ist denn da los, Bombs? Sind wir gleich geschaltet, oder was? Ja, komplett kalt. Gleich gepullt gerade hier. Ja. Wir müssen Engel bei jedem Dings drücken, Engel, 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 oder? Ja, ich weiß nicht, aber die anderen machen ja auch keine einen Start hier. Und du zuckst sehr. Also, Nets Code schnüten. schweißen für die steuerung und aus drei auskontorsten der nach links Abbrauen sollte es. Ja stimmt. Das finde ich ein bisschen schräg so. Hey! Awesome! Ah! Das war nur beim Motorrad, glaube ich. Im Kart war das? Mir wird so aufgefallen. Okay, kann sein, ja. Oh. Schmerz... Was! Willkommen! Wie geht's mit's? Ja, das war schon. Warte! Warte! Ich hab's mit's mit's mit's! Warte! 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 Ja. 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 Nein. Was ist er? Ja. Ja. Es ist ein Mal ein. Let's get this over with already Turtle power What was that? Huh? Well… Well, well… 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 Hey… It's not the first one? Yes… Yes… The thing is… I think that this delay doesn't require a lot of time When I jump on things, I'm always hit back Ja, ich brauche keinen Test mehr, aber... Es kommt halt einfach nichts an Mario Kart ran, das ist halt... Nicht mal ansatzweise, finde ich jetzt tatsächlich. Gut, Mario Kart, das kennst du ja auch schon seit der... Da ist es auch schwer, da ranzukommen. Ja, das stimmt. Ja, weil das ist schon immer gute Spaßbombe an die Spiele. Finde ich so auch smooth gemacht, auch Mario Kart, finde ich. Ja, ja, klar.